Musik Andersrum, du musst doch schnell steigen. Ist das so? Ja, ist so freundlich, aber bestimmt kann man immer einen weiterer Wasser. So, freie tollen Brötchen. Hallo. Was? Hallo. Hallo. So Leute, 2. Februar. Viel kälter als im Sommer ist das auch nicht. Das heißt für uns Norddeutsche hier angrillen. Grillwetter. So. Ja, wir sind jetzt schon drauf hier. Wir sind hier auf den Dächern der Lohmühle. Einen geilen Webergrill haben wir uns hier mal kurz ausprobieren beim Hagebaumark. Vielen Dank. Sogar im Piste-Design. Hier halt mal rauf hier. Ja geil. Mit den roten Puschen. So gehört sich das. Läuft. Wir haben Hunger. Ähm. Gleich gibt's hier die gute Lübecker Zangenwurst. Hau an den Hugel da. Mach mal schneller jetzt. Danke. Ja, wir haben gerade ProVR Pro nochmal eingeladen. So viel Würstchen essen sich irgendwie mit dem Gesellschaftsbesser. Läuft. Das ist ein Beinschmack. Ja und geh mal her hier. Ja geil hier. Glauben die Leute die hier essen fehlen müssen. Glauben die Leute die hier essen fehlen müssen. Was? Glühwein? Glühwein. 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 Ja mega. Angrillen auf dem Dach. Anfang Februar. Der Sommer kann kommen. Rot schmeckt schon mal. Hast du Wein gemacht. Ja. Guter Weber. Guter Weber. Guter Weber. Guter Weber. Wer ist der Look? Ich muss noch mal sagen. Rote Putschmeida an. Kann man nur empfehlen. Ist so gut. Kann man tragen. Ich schnell das nicht. Gut Röpfchen? Und nachher ja. Nach Hause. Dauer.